sie versucht noch mal alles natürlich auch nicht gut für das tierwohl annika schleus goldträume zerplatzen im olympia das gibt's doch nicht was ist da los 20 minuten hat man wie gesagt zeit um sich einzustimmen auf das pferd fünf sprünge und annika schleu mit der bundestrainerin kim reisner da geht gar nichts was ist hier los was für ein drama